Musik Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Cube World. Ich bin der Dale und hier neben mir steht wie immer der Brennan. Ja, ja, ja. Ja, diesmal dann aus meiner Sicht heute. Ich wünsche dir auch Zeit. Ganz genau. Der Brennan, der hat keinen Bock mehr zu rennen, dann geht ihm voll auf den Sack. Der heult immer schon. Ganz genau. Wir gehen jetzt einfach nochmal zu Kroger Castle und... Du bist ein Busch, Mann. Warte, ich mach mal Licht an. Ich hab schon Licht angemacht, klar. Ist das die richtige Richtung hier? Ja, ich glaub schon. Was weiß das? Carsten ist da nicht direkt. Da ist es doch da. Oh, da sind Kühe. Da sind Kühe! Ah, die sind aber noch nicht angefickt. Ich schlitz nur bei Taglicht ab hier, ey. So, die anficken mich jetzt hier nachts mit Kühen zu schlagen. Ne, gut, dann gehen wir in die Burg. Ui. Da hab ich mich ein bisschen erschrocken. Da hast du dir voll in die Hose getestet. Man sieht auch die Spur hinter deinem Charakter. Das ist meine. Meine. Oh, Brennan. Okay, ich bin der Burg drin. Oh, scheiße. Muss ich da kämpft. Kann ich nur eher. Kann ich nur einen Charakter haben. Oh, der macht doch einen verpasst, der in den Typen. Boah, der ist nicht alles regelt, ey. Da hat er mich fast durchgefickt. Entschuldigung. Hier, äh. Fast platt gemacht. Ja. Ich esse mal was. Ja, ich auch, Junge. Du qualmst schon wieder, ne? Hast du auch dieses... Dieses... Als wenn da jemand auf Metall haut. Ja, das hab ich auch. Achso, hier ist eine Falle. Guck mal. Da kommt die aus dem Boden raus. Siehst du das nicht? Da kommen so Stacheln raus. Doch, jetzt seh ich das. Das ist das Geräusch. Lieber nicht. Das ist das Geräusch, da hast du recht. So, Heiltränke wieder auswählen. Oh, du bist ja gar nicht mal so gut. Hier müssen wir halt mit Sicherheitssaison noch mehr fallen. Bestimmt. Dann geh du mal vor. Ui, da kommt... Oh, fuck. Schaut er noch auf dem Soundfahren. Oh, hier sind die Milliarden Leute. Oh, fuck. Oh, fuck. Lebst du noch? Ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Bist du am Arsch? Ja? Fuck. Das ist nix zu holen. Das sind 20 Milliarden Leute. Wie war Klettern nochmal? Steuerung, ne? Ja. Was kannst du denn eigentlich noch, ey? Oh, scheiße, ey. Die sind alle hinter... Oh, Wasser. Kein Staminer mehr. Runter. Oh, fuck. Ich wollte nicht rapen. Naja, die sind scharf auf mich. Entweder... Oh, nun scheiße, ein Oger. Kacke. Was? Da war ein Oger. Der hat meine verpasst. Da war ein Pilz. Bin nochmal mit. Also du bist schon wieder am Kämpfen da hinten, ne? Da ist nix zu holen. Meinst du, sind die so gut? Du brauchst doch nicht hinlaufen. Ich bin hinter dir. Wenn du da hinläufst, sind wir auch wieder tot. Ich hab übrigens gelesen, man kann die Nacht überspringen, wenn man in einem Hotel pennt. Ja. Also müssen alle pennen, ne? Das weiß ich nicht. Aber mutig ist das so. Den Bastard, den hol ich mir noch. Der Arsch. Der hat mich voll wegge... Weggemacht. Ja. Ja, hier. Der Org-Assi hier eben. Oh, da ist er. Oh, Junge, du kriegst er. Du kriegst er von mir. Bisskopf. Komm, die kriegen mal die beiden. Schokoladen-Donut hast du gekriegt. Wo ist der Eingang gewesen? War der hier? Ich hab schon was vergessen. Ich regenerier erstmal Lebensenergie. Ich hab, glaub ich, was hinter mir. Oh. Oh, der ist noch nicht. Wir müssen uns zusammen bearbeiten. Der kann nämlich auch nicht austeilen und auch einstecken. Der hat uns ein mega Schwert. Und von hinten kommen, glaub ich, meine. Hier, sammle das Kupfer auf. Sammle das Kupfer auf. Sonst bin ich nachher wieder so reich und du so arm. Den haben wir. Ich sammle erstmal einfach eines ein, ne? Ja. Ja, dann nimm ich gerade mal hier. Ich nehm mal gerade hier so'n, so'n, äh. Jetzt, jetzt warte aber. Jetzt muss ich hier auch mal. Pineapple. Boah, zwei Stück pro Tick, ey. Das dauert aber jetzt. Ja. Ich nehm gleich noch eine, dann bin ich noch voll. Ja, auf jeden Fall. Ich hab ja genug. Okay. Eben. Sonst gehen wir halt wieder in die Stadt. Wollen wir mal neue Kürbisse. So, Heiltränke. Und ab. Ah ja, genau. Auf Heiltränke stellen ist vielleicht besser, ne? Auf jeden Fall. Das Blöde ist, du musst ja weglaufen, wenn du die trinkst. Weil sonst trinkt der hier ja nicht. Wenn wir abwarten, kannst du ja dann nicht. Kannst du die Blumen mitnehmen? Ich bin voll damit. Ja. Warte, wenn ich da voll mit bin, dann kann ich ja vielleicht noch ein paar... ...noch ein paar Life Potions bauen vorher hier. Hast du keine mehr? Doch, über 20 hatte ich noch, aber... ...was man hat, hat man. Dann lass uns in die Burg gehen und dann ist gut. Ja, blöde ist, dass da dunkel ist. Da sieht man so wenig, ne? So ist das. Au. Wir haben euch ja gesagt, wir haben ja immer sterben. Hier, den Ort, wir nochmal platt. Guck mal, die können doch gar nichts, wenn wir die zusammen bearbeiten. Hier, sammel das auf. Hab ich. Die Boots kann ich eh neutralen, das war nicht so schlimm. Aber dringendens die Cola eingesammelt, dann bist du nachher nicht so ein armer Sack. Oh, hier geht die Treppe runter. Da kann man mitnehmen. Ne Wasserflasche stand da, cool. Hast du aufgenommen? Ja. Vorsicht, hier ist wieder irgendwo so ne Falle oder sowas. Direkt hier links. Ja, hab ich gesehen. Die Frage ist, wenn die Typen da reinrennen. Oh, oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck, oh, fuck. Der Typ ist kein Prengel, alter. Kabuya. Boah, gar, ich hab hier alle Uga-Hammel mit meinem Stern. Aber der Uga ist hier auch nicht so stark drin. Das ist kein roter Uga. Ich guck mal, alle sind nur reichlich, Männer. Ey, die haben aber echt gebasht. Wir haben den erledigt, wir haben den erledigt. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, jetzt bin ich tot. Scheiße. Ich hab den, ich hab den. Sammel alles ein, da liegt noch ein Kupfer. Ja, hab ich. Och, scheiße, ich hab mein Getränk genommen, ich Idiot. Falsche Taste. Ich warte hier oben drin auf dich, ja? Ja. Weil alleine schaff ich den nicht, denk ich. Zum Glück bin ich hier nicht so weit weg gewesen. Boah, die waren voll einfach, ey. Ja. Das ist halt nur der, der, äh, ich bin als Schurke verträgt halt auch nicht viel. Und ich kann ja nicht, wenn ich weglaufe, dann laufen die da mir her, das ist auch blöd. Ich sag, ich stemme mich einfach rein und... Das war halt auch kein, kein roter Uga, der war halt normal. Mal gucken, wie komm ich denn hier rein? Ui, überall fallen, scheiße. Ich laufe am besten mal an der Wand lang. Dann nehme ich nochmal, ich bin gerade in so eine Falle gelaufen. Gleich... Fast die Hälfte weg am Leben, ja. Mann, Mann, Mann. Ich nehm mich denn jetzt zu dir rüber. Wir sind hier erst hoch, genau. Scheiße, geht ne Treppe hoch. Mal hier hinten lang, oh, ne? Mal hier runter, dann müsste ich jetzt bei dir auskommen. Gehst du da ja? Ich hab mich ja mal hingesetzt, so lange. Wir können da vorne lang oder da hoch? Wir gehen dann erst mal hier hinten lang. Hier gucken, ne? Nicht die Treppe. Oh, die kann man kaputt machen, die Kisten, ne? Ja, klar. Da ist noch was. Ah, da ist noch was. Da müssen wir, glaub ich, geben. Vorsicht, die Fallen. Oh, das geht dann. Oh, da ist noch ein Broga, da ist noch ein Broga. Oh, der Collie greift uns auch an, ne? Oh, der hat mir die Keule auf den Kopf geschlagen und das war es. Ja, ich bin auch tot. Warte, warte, warte. Weißt du, was ist jetzt? Im Wasser gespawnt. Das packen wir aber. Boah, das machen wir alle, ey. Die sind doch nicht so schwer, bisher. Das sind halt immer so viele, deswegen ist das halt so schwer. Aber jetzt haben wir bei dem Kampf auch schon wieder drei gekillt. Ja, das ist blöd, weil es auch dunkel ist. Ich seh die ganz spät erst. Ja. Boah, ich glaube, wir sind falschchen. Wir müssen mal gucken, dass wir uns irgendwie Tiere besorgen, weil die finden wir ja mit einem noch. Wir sind noch nie falsch, oder? Ja. Ich weiß nicht, wo der Eingang war. Komm mal hier hin. Ich bin einfach eben an der Wand langgelaufen. Oh, ich komm. Da ist schon wieder Wasser. Da habe ich den Eingang nicht. Aber eben war es doch noch drin, da bin ich auch woanders hingelaufen. Ja. Aber hinter dem Wasser, glaube ich, da kommt der Eingang. Hier, hier, hier. Das sieht gut aus. Mann, 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 Mann. Ganz schön schwierig. Da eben auf dich. Ich komm. So. Hier geht's rein. Hier hoch, ne? Was ist denn da hoch? Ja, sicher, da hoch. Und da hätten die da runter. Wollen wir da gerade auch schon? Ja. Hier geht's da runter. Ne, ich meine eben, das hinten durch. Unten in dem Raum. Ja, da war nix. Okay. Und hier sind wir hier lang gegangen. Ja, hier kommen die doch schon. Da vorne stehen die doch schon. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Das gibt's nicht. Ich komm nicht mal dazu, einen Halt reinzunehmen. Der haut mich so schnell platt. Ich hab den gekillt. Ich hab den gekillt. Und dann hat mich der Hund getötet. Oh, kann ich mal bitte aufhören im Wasser zu spawnen? Ja, das ist scheiße, wie das gesetzt ist, das Ding. Das ist ja der letzte Dreck. Wart denn? Ja, das hat da im Wasser drin, der Spawnpunkt. Ist das der letzte gewesen, der Hund? Nein. Da standen noch welche durch. Die sind ja nicht alle gekommen. Du bist da nur hingelaufen und dann kam hinter dir schon der Ogre. Der ist aber jetzt tot, der Große. Oh, die sind scheiße, scheiße, scheiße. Den hab ich noch gekillt. Wo bist du? Was denn? Ich bin nicht über dir. Die sind da rausgekommen. Ja, ich seh's schon fliegen. Ich bin jetzt da. Oh, nicht in die Keule, nicht in die Keule. Oh, fuck. Ja, wenn die jetzt alle hier sind, dann krieg ich die auch nicht. Versuch so lange wegzulaufen, wie du kannst. Dann krieg ich die, dann halt schon mal tot. Scheiße, die muss ich alleine killen. Verdammt, die Kacke. Oh, die anderen müssen halt weg. Ja, den hab ich gekillt. Eh, den hab ich gekillt. Warte, ich muss noch was trinken. Ach, Kacke, die hauen mich um. Ich trink halt nix, wenn ich auf alle gehe. Ich schnapp mir halt einen, dann kann ich den wenigstens töten. Okay, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Wo bist du? Du brauchst ja gar nicht trinken, du Penner. Ich brauch halt noch ein, ich brauch ja ein 2-8-es Schwert. Ich musste schon hier, sammeln wir mal das Kupfer auf. Ich musste schon die, die Faustwaffe wieder in die andere Hand tun. Weil sonst macht der dieses Vergiften nicht. Ja. Und das ist Kacke, weil das ist gut. Geil, ey. Jetzt hab ich schon 28 XP, 180 XP, brauche ich, ey. Scheiße. Ich hab 29 von 180. Das sind schon voll die Zerstörer, ey. Ja, dauert aber ne Weile jetzt immer. Hast du was trinken? Ne, das, äh, aufleveln. Das leveln. Ja, auf jeden Fall. Warte, warte, warte. Ja, ich stehe noch um einen. Oh, da sind noch mehr drin, ey. Das ist das halt gar nicht. Ich kriege schon wieder auf die Fresse, ey. Komm, 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 ich bin da. Auf den vorderen, das ist die Heck. Ne, der hintere, der hintere. Die sind beide Zauber. Okay, den Handtippenarm ist tot. Hier, sammel du das. Ah, der hat ein Schwert. Ja, warte. Guck mal, guck mal gleich, guck mal gleich, guck mal gleich. Das war, äh, für dich, ja. Power 1, plus 1 ist das. Kannst du das gebrauchen? Dann warte, dann, dann auch mal nicht rein. Dann gucke ich jetzt erstmal, was ich alles aufgenommen habe. Aber ich kann mir das nicht alles angucken immer. Ja. Ich drück da einfach und sammle auf. Dann noch so eine Ananas-Grohung. So. Boah, geil, ich, cooles Tier. Ich hab voll viele Sachen hier. Magier. Iron Dagger. Den hab ich ja dahin getan. Schulter. Magier, Magier. Also schmeiß das Schwert mal hier weg, weil das kann, ist für dich halt, ist für ein Ruck.